Ja, da fragen Sie natürlich so ein bisschen die Falsche, weil ich bin ja gar keine Studentin und das Studierendenleben organisiert sich durch die Studierenden. Also wir haben die Fachschaften, wir haben den AStA, die sind total aktiv und feiern regelmäßig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das nicht schon erlebt haben. Die feiern jetzt gerade im Sommer hier auf dem Campus, um den Campus herum, aber durchaus auch mit Kneipentouren etc. in den umliegenden Gebieten hier um die Städte. Und wir haben dann natürlich auch so schöne Dinge wie das Volleyballfeld hinter mir, wo wir auch immer wieder Studierende haben, die da Volleyball spielen. Vielleicht nicht bei den Temperaturen, die wir heute haben.